Hallo und herzlich willkommen beim neuen Video bei Verbrauchertest.TV. Wir wollen uns heute in diesem Video mal mit den neuen im März erscheinenden Navimo i105e und i108e beschäftigen. Die unterscheiden sich nur in vier technischen Veränderungen. Einmal ist der 105er für 500 Quadratmeter zuständig und der 108e für 800 Quadratmeter. Dann muss die Batterie bzw. Akku natürlich dementsprechend angepasst werden. Da ist es bei den 105er nur ein 2,55 Ampere Stunden Akku und bei dem 108er haben wir schon 5,1 Ampere Stunden Akku. Dann haben wir eine Laufzeit von 60 Minuten beim 105er und beim 108er 120 Minuten, also schon das Doppelte. Und dann haben wir eine Ladezeit beim 105er von 90 Minuten und beim 108e 180 Minuten. Also auch das Doppelte an Ladezeit, aber dafür auch das Doppelte an Mähzeit. Was bekommt man im Karton?